als Verlust in den Platz auf der Last Nussbargab in seinem Einzelbild nichts anderes reingeflasht nachher muss man sein Ulti schon gar nicht mehr nutzen, weil die Missforschung mit dem Tod umgefallen wäre da soll auch irgendwas betroffen sein Darius OP sag ich doch ich hab damit ja das Pentakill so in den Händen bekommen also ich glaub nach einem Tag nach draußen sind wie viele Pentakill-Videos gab es nicht ja davor musstest du suchen man suchen und dann nur noch Stereo mehr als von Cutter bis zu dem Zeitpunkt insgesamt ins Netz gespielt wurden ok ob Cutter-Six das Kind von Katharina und Cazix wäre oder von Cutter und Six Cazix ist der Sohn von Katharina und Six? Du hast es ja genau hm warum kommt da ein Käfer raus? also gern er sieht sich hier an Wissenschaftler, er weiß noch was er geforscht hat nebenbei von K6 in den Wissenschaftler 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Fasern ok zum ersten Mal Darius was ist denn so schiefgehen? danken halt ne hup 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 du hast deine Ausbildung bei Michael Jordan gemacht, du kannst nicht verlieren ja Oh, die anderen liegen schon. Die hätten sie getroffen! Und ganz ehrlich, bis vom alten her hat sich eigentlich erst offen, dann bist du losgegangen. Jaja, kommt der Cheater wieder. Ja Auto-Attacks kannst du nicht dodgen. Haha! haha Gebt Q ich hab sieben Haltränke mann Leute ihr solltet da drüben nicht so viel campen Am Anfang können wir Ding die nicht so viel machen Prozent Toten lassen Ja Abtauer geht schon Deifen können sie eh nicht wenn sie was dummes machen Sei kein Angsthase Hä was hat mich denn getroffen? Ich sehe die komischen Klimawandel Was ist das? Nie mit Schleichhölzern Bitte stirb Annie Warum? Will aber nicht sterben Sei kein Angsthase Abenteuer Aber ich bin nicht so hart Ich finde immer komm wie lange es dauert man dann mit 4 und dann ist man von 5, 6 und 7 Ja Das geht auch einmal rumzug Was plötzlich ein First Girlgarten? Nein, eigentlich nicht Nein Danach die ganze Zeit kämpft Oh nein Ich spiele nie mit Schleichhölzern Ich spiele nie mit Schleichhölzern ich bin nicht so 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 Rassistisch Ach ich hasse dieses Fassmann jeder hat das Fass jeder hat das Fass Lass mich die Anrufe Ja ja Warte der Brawander Karte Wer hat Karte 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 ja komm, dann nimm ich halt das, was niemand nimmt Alter, Gregg, das ist so geil Kann die da? NEIN! Auf, in alle rein! Wer war der? Oh, nein, hier hat sie gerettet! Nein, hier hat sie gerettet! Sind wir schon da? Wir haben noch mehr getroffen! Ja! Jetzt schweinert mich zu block, Mann! Aber ich mach noch keinen Schaden Ist doch gut so Nein, guter Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh! Oh, da kommt der Dunks! Der Dunks! Oh! Take this! Da kommt der Dunkspiele! Glücklich! Hier lang! Wo! 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 Was? Wo Wo Woh Das ist اغ Wo Ah schade, Cutter ist noch nicht da Ich hab meine Bombe Ja da wurde er Level 6, klasse Okay Wann? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Danke Hast du meinen Bären Tibber gesehen? Schade, schade Schade, schade Schade, schade Das ist doch alles in Not Nimm dich da Die Damage mach ich mit dem Dank Ich geh mir mal die V-Teile holen, ich brauch Mana Ich spiel nie mit Streichhölzern Ich fiss Dex von dem 5 5 times Aye, aye Oh mein, der Tauholt schickler wechselt uns Cutter, wann hast du Ulti? Ja Bitte, Ulti In deinem Leben Bitte Ich stand dich einfach mit meiner Wehe Moin, was geht'n hier? Jetzt hab ich das Hakenkreuz ein Die Weh braucht eigentlich 3 Jahre, bis die hoch geht Schlecht Und schon sind wir Level 6 Äh 7 Gehen Irgendwie hab ich das Gefühl, ich war ein Einkaufen Und hier hab ich das Gefühl, dass du keine Ahnung hast Natürlich Ich glaub jeder ist schon mal gestorben, oder? Nö 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 Kass Eier Sind wir schon da? Nö 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 Wir haben so viel Wir haben so viele Ahnung Kein Mana Nö 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 Junge Nö 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 Ja, 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 das dachte ich mir schon. Ich bin, ich bin so gut wie tot. Mann, ich habe 3000 Gold, ich komme einfach nicht zum Einkaufen. Willkommen im Club. Ja. Karte, Karte, oh, 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 oh. Da hinten ist sonst ein, äh, Thing. Ja, ich bin. Ah, nein! Ich hab's probiert. Die sind so high range, Mann. Komm raus, komm raus, immer ihr seid. Ich habe Bösen's drei Tode momentan. Papa, vergangen die, die wärst du grad endlich mal ab. Oh, mein Scheiß, Alter, das nervt mich. Es wird Zeit, oh, ein paar haben wir schon gemacht. Ja! Boah, ich mach dich jetzt schon fertig mit Lächter. Ich mach dich jetzt oberflächlich mit Lächter. Ich mach dich jetzt oberflächlich mit Lächter. Fuck, Mann, das geht nicht mehr ab, dieser Scheiß, danke. Oh, man. st du mal nie. Ah, babbelst du. Nein, nicht auf mich jumpen. Ich hab' ich das Gefühl, dass wir auch nur auf irgendwen von uns jummeln. Ich will mir den liegen, lass mich stehen. Komm, Mann. Du pisst dich, Mann. ich hab keinen bock zu sterben das hätt ich vorher überlegen sollen bevor ich dich gekillt hab, es tut mir leid sind wir schon da? so tanky 8 bist du immer mal gestorben? ja, er ist gerade eben das erste mal gestorben ja fahr ich gar shouldn't auch bin viele das ja nicht Das ist so gai, als ob ich... Ich kann nicht vorlaufen im Blau-Räckchen. Also dein Life-Rack ist einfach so broken. Ich kann ohne Ita nichts dagegen machen. Nein! Nicht noch mal. Hast du meinen Beeren-Tipp erst gesehen? Ich achte nur auf dich, wie ich bin. Gewöhnlich sein. Alles andere ist egal. Ja, wirklich. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, was das bedeutet. Alter, mein ausgedeckt ist noch so geschah. Mit null AP, ich hab null AP. Bin ich ja schon da? Absolut. Ich wollte zu tappel Tag-Damage-Ruhen und Resistance und Junkle-Masteries. Scheiße. Oh Mann. Das ist der Scham. Weg! Weg! се man gut zu seh. A! Meine Ult geht zurück und mach dunk مش. Der Ult seh er auch bitte wenn du in den Gegenden stehst. Aber wenn du reinkommst. Ja gell. Ich hab be– Tausend Gold, Alter, meine Fresse. Ich soll's vielleicht mal rumbringen. Mich selbst. Weil sonst verlieren wir. Ich komm nicht... Moin, darf ich dir guten Tag sagen? Ja, ich wollte ja schon. Das echte Team Langstorff zu holen, ey. Kurz hab ich ihn schauen. Ah, Mann. Könnt ihr euch nicht mal so bewegen, wie ich denke, dass ihr euch bewegt? Eine feine Alternative, ja? Ich spiele nie mit Streichholzern. Fuck, Swayne hat die Heilung nicht bekommen. Egal. Kommt raus, kommt raus. Aua. Fun, fun, what, what, what? Mach das gleich nochmal, Basti. Sowieso, da hast du schon nicht getroffen. Oh, Mann. Ich glaub, das ist die erste, dass ich... Jesus hat viel Alkohol gehabt mit deinem Reihen zu wach. Ich hab keine Ahnung, warum ich mich bei ihm nicht weggegangen bin. Ich hab keine Ahnung, warum ich mich bei ihm nicht weggegangen bin. Ich hab keine Ahnung, wie ich bin. Ich hab keine Ahnung, wie ich mich bei ihm nicht weggegangen bin. Oh, Mann. Wenn ich schon sterben muss, dann nehme ich mir ein bisschen Gold mit. Kann ich bitte nicht mehr nehmen. Achso, ja, ich auch nicht, aber ich hab ja mein Seh. Oh mein, wie lieb schon, sie mich jetzt backporten haben. Es geht ja nicht! Die Kennen würde ich mal einkaufen, aber es geht ja nicht, solange Basti da ist. Hey, Fokus mich, ich hab dich gerettet man, jetzt lauf! Oh man! Haha! Oh mein, und wieder, ne? Ich geh mal hin zu sein, zusammen. Vielleicht würden wir mal fallen auf den Sauer. Irgendwie. Ich bin ein bisschen schütt. Ah, Blase, Blase, fucking Blase! Noin! Wir haben keinen Bock! Nein, nein, du bist nicht! Ich hab ihre Ulti rausgelockt, weiß gar nicht was du willst! Hol sie ran! Alter! Vielen Dank, Michael Jordan in der Haus! Wieso seid ihr eigentlich alle? Töten Tower? Was sonst? Mal was zur Abwechslung, mal was Neues hier! Schönen guten Morgen! Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Wir können den Kran noch in die Uhr halbierwechslung verlieren! Ihr Team! Ey, das ist doch jetzt fast! Das ist Aram! Sei kein Angsthaser! Ich suche es auch von Anfang an, klar! Wir haben keinen Schaden mit der MF, die sich die ganze Zeit... Ja, ohnehin muss er die Hilfe fehlen! in verdammt! Oh, schon! Rrrrrr! Rrrr! 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 der Eier weiter aber in die Endeffekt ist dies auch wenn es nicht Hüpft. Hast du mein BRT-Bass gesehen? Ulti is ready. Meiner noch nicht. Katharina's und Darius Ulti's aber. Reicht. Faaaaaack, und da ist dein Tod. Buh. Schon wieder kein Bisschen? Hup! 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 Heck! Haup! Hup! Hup! Auf mit dem Zeit! Hup! 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 Ich hab Ulti. Entschuldigung man, soll ich hier nix angreifen oder was? Ich bin doch einfach alle zusammen hier zu flühen, in dem Moment, wo Freddy war, rennt ihr beide nach links und rechts, weißt du? LOL